hallo zusammen und willkommen zu diesem video firmware update brauche ich nicht meine kamera funktioniert doch auch so wie wichtig es ist und vor allem wie einfach es ist ein firmware update auf deiner kamera durchzuführen gerade aktuell auch an der r6 mark 2 nicht mehr geholt habe um ein besonderes problem zu beseitigen das zeige ich dir in diesem video firmware update brauche ich nicht höre ich immer wieder meine kamera die funktioniert doch auch so wenn ich sie vom händler hole das ist durchaus richtig aber viele kameras werden natürlich mit der vielleicht ein oder anderen kinderkrankheit ausgeliefert denn sagen wir mal ganz ehrlich die produktentwicklung von unseren modernen kameras die geht so rasend schnell da kann schon mal der ein oder andere fehler bei auftreten und natürlich sind auch wir da müssen wir mal ganz transparent sein als endnutzer auch ja so ein bisschen versuchskaninchen einige sachen einige fehler einige sachen die man hätte vielleicht besser machen können stellen sich natürlich auch erst mit der breiten masse und der nutzung heraus und dann ist der hersteller gefragt nachzubessern nachgebessert wird in dem fall im besten fall natürlich software technisch und das passiert über ein firmware update jetzt sagen viele wo firmware update das hört sich aber kompliziert an muss ich da zum fachhändler muss meine kamera zum händler eingeschickt haben zum hersteller nein ihr lieben ein firmware update das ist so einfach wie ich weiß auch nicht wie es ist mega einfach mir fährt gar kein beispiel ein so einfach ist das wie einfach wie es bei canon funktioniert gemünzt auf alle keinen kameras zeige ich euch im weiteren video ich hatte mir jetzt speziell die r6 mark 2 neu zugelegt als sie rauskam habe ich mir zusammen mit dem dirk verwein lieben grüße an dieser stelle am gleichen tag die kamera geholt und wir haben uns dann getroffen und haben ein bisschen gefachsimpelt über die neue r6 mark 2 und das ist was aufgefallen und zwar für die kamera wieder ein und ausgeschaltet wieder ein und ausgeschaltet haben ist es aufgefallen beziehungsweise hatten wir den eindruck wo das dauert aber lange dauert lange bis die kamera soweit ist vom einschalten bis du dann das erste foto machen kannst ja war das jetzt ein trugschluss oder ist es tatsächlich der fall das probieren wir mal jetzt aus und zwar habe ich dafür meine kennen erst eher daneben gepackt ist ja schon ein bisschen älter sollte man ja also eigentlich denken paar generationen weiter müsste ja die r6 mark 2 schneller sein das probieren mal wie schnell beide kameras im standby modus im bereitschaftsmodus sind bist du dein erstes foto machen kannst dafür habe ich natürlich bei meiner er die aktuelle software version aufgespielt ist ganz klar die r6 mark 2 die hat allerdings noch die firmware version 1.0 quasi die auslieferungsversion und es gibt eine neue die verspricht besserung aber bevor wir die installieren und wirklich mal anschauen hat sie jetzt sinn gemacht macht so ein update sinn schauen wir erst mal wie lange brauchen beide kameras dafür nehmen wir ganz einfach hier mal das smartphone ich mache meine stoppuhr an ich nehme euch hier mit auf die entsprechende ansicht und dann könnt ihr gucken wie lange dauert sie jetzt tatsächlich vom einschalten der kamera bis alles da ist bis ich mein foto machen könnte da klar haben wir ein bisschen toleranz ja mein finger meine reaktionszeit spielt da ja auch eine rolle aber wir schauen mal was dafür zeiten bei rauskommen also lieben finger auf den startknopf und dann heißt es kamera einschalten stoppuhr an und stoppuhr aus tja so schnell geht es bei der er und zwar haben wir hier 1,16 sekunden ja ein bisschen toleranz ist drin sagen wir mal eine sekunde vielleicht war ich auch ein bisschen lahmarschig wir lassen sie mal bei einer sekunde eine sekunde finde ich ist eine mega zeit also die schaltest eine kamera ist da ja wir machen sie mal wieder aus und dann nehmen wir uns mal die r6 mark 2 und dann schauen mal ob mich vielleicht mein gespür mein gefühl fürs ein und ausschalten trügt oder ob es tatsächlich wirklich die kamera länger braucht so lieben gleiches prozedere wir schalten ein ich starte die stoppuhr und halte sie dann an also finger auf start dann geht es los und dann drücken wir start und wow und stopp der lieben was steht auf meiner stoppuhr drei sekunden und paar verbummelte also selbst mit toleranz wenn wir uns auf drei sekunden einigen dann ist das lange also das ist tatsächlich gefühlt lange drei sekunden können echt lang sein das ist quasi dreimal so lang wie die r braucht das heißt wenn ich jetzt mit ausgeschaltete kamera neben dem spotter zum beispiel oder einem wildlife fotograf in der natur stehe und der sagt guck mal da oben der seeadler hast du noch nie gesehen dann hat er mit der r sein foto und ich mit der r6 mark 2 hoffe dass meine gleich angeht ja ein bisschen übertrieben so jetzt gibt es ein firma update ein firma update auf das mich dirk aktuell vielen dank an der stelle der ist ja da immer hinterher hingewiesen hat und zwar gab es schon einige davor die habe ich jetzt erst mal ausgelassen aktuell ist aber eins dabei was mich wirklich interessiert und das sollten tatsächlich alle besitzer alle nutzer der r6 mark 2 sich wirklich aktuell installieren denn das aktuelle update hat die version 1.1.1 also schon ein bisschen über der auslieferungsversion und das verspricht unter anderem mit ein paar kleinen anderen neuerungen entsprechend eine beschleunigte startzeit so jetzt habe ich euch mal wie man das ganze installiert als allererstes geht ihr auf die original canon seite ich würde euch immer empfehlen geht auf die original hersteller seite man kriegt das vielleicht auch von drittanbieter seiten da bin ich immer so haben wir schmerzen also hersteller bietet an geht auf die canon seite ihr seht ihr kennen er 6 mark 2 habe ich mir rausgesucht und dann müsst ihr euch natürlich entsprechend die Firmware herunterladen in dem fall seht ihr oben können nochmal informationen einblenden lassen was ist jetzt alles neu alles klar das brauche ich ich will eine schnellere startzeit auf jeden fall dann das ganze herunterladen ihr müsst euch das auf den rechner laden das ganze ist eine gepackte datei eine zip datei jetzt muss ein bisschen aufpassen diese zip datei müsst ihr entpacken und dann habt ihr quasi eine datei das ist diese datei hier und diese datei die braucht ihr den einer müll dem auch der alles nicht was da entsprechend noch aufgeht sondern nur diese datei die zieht ihr euch kopiert ihr euch in die oberste ordner struktur eurer speicherkarte für eure kamera also nicht in den foto ordner rein kein extra ordner machen nichts oberste kategorie ihr könnt die karte auch komplett löschen könnt ihr auch machen müsst ihr aber nicht könnt alles drauf lassen nur eben ganz oben in die ordner struktur einfach reinpacken so und dann gehen wir in unsere kamera da gucken wir jetzt erstmal als allererstes wenn ihr vielleicht nicht wisst wie welche software variante habe ich welche firma variante habe ich zeige ich euch mal bei canon geht hier ganz einfach ins menü dann geht ihr in firmware in den reiter das kann sich natürlich von den zahlen ja hängt euch jetzt nicht an der 6 mark 2 auf kann sich das unterscheiden aber die farbe der entsprechenden datei ist gleich beziehungsweise des reiters und da schaut immer durch man kann sich auch auf seite 2 befinden je nachdem welche kamera von canon ihr habt ansonsten ist das gleich firmware dann könnt ihr aufgucken da seht ihr die aktuelle firmware bei der 6 mark 2 sehe ich jetzt auch noch die firma meines objektives könnte das auch noch entsprechend einem update unterziehen das wollen wir aber nicht so diese firma habe ich jetzt jetzt weiß ich okay 1.0 ich brauche 1.1.1 so dann klickt ihr auf die firma version eine frage euch wollt ihr das entsprechend installieren zeigt auch an welche firma version auf welches upgrade wird dann durchgeführt und dann macht ihr okay bestätigt das ganze bevor ihr solch ein firmware update durchführt denn das kann tatsächlich paar minuten dauern je nach kamera je nach update müsst ihr darauf achten dass ihr einen vollen akku habt wenn das zwischendurch abbricht kann das ein problem werden dann kann es wirklich so sein dass er das zum händler schicken müsste das dauert keine drei stunden aber es kann vielleicht mal zwei drei minuten dauern je nach entsprechend kameramodell deswegen akku voll wenn ihr vollen akku habt seid ihr safe könnt ihr ein firmware update durchführen und dann lasst ihr das durchrauschen und wenn es fertig ist dann solltet ihr entsprechend die neue version drauf haben auf eurer kamera dann sind alle vorteile die ihr habt schon auf eurer kamera oft gefragt wurde ich auch muss ich alle steps die vorher sind also alle software alle entsprechenden varianten dies vorher gibt ihr seht ja jetzt ich habe ja auch die firma 1.1.1 davor gab es schon was muss ich die vorher installieren so wie bei manchmal beim computerprogramm müsst ihr nicht ihr könnt quasi von der auslieferung direkt auf das ganz neue springen denn in der neuen version sind die anderen updates immer schon mit enthalten das ist die erfahrung die ich gemacht habe das heißt holt euch die neueste version könnt ihr auf spielen und dann sollten probleme wie zum beispiel mit so einem langen systemstart erledigt sein so jetzt machen wir folgendes was machen wir legen die speicherkarte in die kamera und dann machen wir noch mal den gleichen test dafür kamera noch mal ausgeschaltet und noch mal auf 0 eine stoppuhr und jetzt ihr lieben jetzt bin ich echt gespannt echt gespannt wie gesagt kann das er eine sekunde roundabout und er 6 mark 2 3 sekunden das ist wie ein ferrari unten trabant so ähnlich also wir gucken was was gebracht hat also ja finger auf start und dann schalten wir ein wow und das war schnell oder also ich hatte das echt zu tun mit dem finger hier auf stopp zu drücken und hier zeige ich es euch noch mal ja also wir haben jetzt 0,88 sekunden also unter einer sekunde das heißt deutlich schneller jetzt noch als die r hat definitiv was gebracht ja also wenn ich das nicht installiert hätte das wenn wir update vor dem nicht geärgert also seht ihr das bringt was wenn ihr für mehr update auf eurer kamera macht viele sachen die vielleicht auch im laufe der jahre besser gemacht werden können in der entwicklung vielleicht weil man noch ein neues modell herausgebracht hat gesagt wir übernehmen noch eine funktion kann man vielleicht dann auch nutzen auf seiner kamera durch ein entsprechendes firmware update also alle die die r6 mark 2 haben firmware update aktuell 1.1.1 ich verlinke euch die canon seite wo ihr es herbekommt installiert das ihr seht es geht ganz einfach ihr braucht nur eure normale speicherkarte packt die bei euch irgendwo ins kartenlesegerät und dann braucht ihr die datei nur die firmware update datei ja also nicht nicht irgendwelche ordname draufschieben braucht ihr alles nicht nur die datei erkennt eure kamera alleine der macht ein firmware update akku muss voll sein und dann könnt ihr die neue rasante startzeit der 6 mark 2 für euch nutzen so und dann kriege ich auch das foto hier von dem seeadler oder was das auch war was ich da fotografieren wollte also die software update auf jeden fall macht sinn macht's gerne mal und schreibt mir unten in die video kommentare wie ihr dazu steht macht ihr auch ständig ein update sagt ihr ja firma ist wichtig möchte die neuen funktionen nutzen oder sagt ihr vielleicht eher firma update noch nie gemacht brauche ich nicht meine kamera läuft irgendwie auch so schreibt mir gerne unten in die video kommentare und für den algorithmus natürlich gerne einen daumen hoch da lassen und natürlich auch wenn es euch das video gefallen hat und wenn wir uns in einem meiner neuen videos wiedersehen wollen und jetzt noch nicht getan was ich eigentlich mir nicht vorstellen kann dann abonniert doch gerne meinen kanal hier den bomben glocke nicht vergessen dann kriegt er meine info wenn es ein neues interessantes video gibt in diesem bild ihr lieben vielen dank fürs zuschauen bis dahin ab und da und über Vielen Dank.